Es fühlt sich an, als ob ich gestern noch angefangen hätte, aber für mich war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Wenn ich an mein Ich aus der Schule zurückblicke und mein Ich jetzt, das sind zwei unterschiedliche Personen, ich habe mich hier so charakterlich auch weiterentwickelt und bin selbstständiger geworden und das war wirklich das Beste, was ich machen konnte. Mein Name ist Tim Ebermann, ich bin 20 Jahre alt und, nochmal, hallo, mein Name ist Tim Ebermann, ich bin 20 Jahre alt und habe im August 2017 meine Ausbildung bei der Dortmunder Volksbank begonnen. Ich würde euch einmal zeigen, was und wo ich hier überhaupt arbeite. Sind wir auch schon direkt in den heiligen Hallen der Dortmunder Volksbank. Hier kann ich mich noch gut daran erinnern, saß ich bei meinem Bewerbungsgespräch auch. Und dann haben wir über meine Hobbys geredet, was ich gerne in meiner Freizeit mache, wie im Moment die Schule ist. Also da ging es eigentlich nur ums Zwischenmenschliche. Hier ist wirklich ein absolut familiäres Klima. Das Gefühl, was hier so ein bisschen vermittelt wird, das merkt man, jeder, der sich hier sieht, begrüßt sich. Wenn ich hier lang gehe, dann lächeln die Leute einen an und dieses Gefühl, was da vermittelt wird, das finde ich total gut. Also ich kriege das Gefühl mit, dass ich hier als vollwertiges Mitglied angesehen werde, dass ich wirklich nicht in der Azubi-Rolle stecke und ich darf genauso mitarbeiten wie alle anderen. Die sehen mich als normalen Kollegen an und das gefällt mir auch sehr gut. Das war mein Platz in meiner Zeit hier. Wurde jetzt auch schon durch einen Kollegen abgelöst und im Moment sitzt er dann hier. Ja, das ist live. Das ist immer extra. So, da waren wir jetzt in der Baufinanzierungsabteilung und ich zeige euch jetzt nochmal die Vermögensbetreuung. 8.15 Uhr geht es hier los. Einen typischen Tagesablauf hat man eigentlich nicht. Also man fährt seine Computer hoch, schafft es eventuell noch ein paar Mails zu checken. Aber dann war es für mich immer so, dass gekommen ist, was der Tag gebracht hat. Ja, hier war ich für gut zwei Monate in der Abteilung, hat man das ganze Wertpapiergeschäft mal kennengelernt. So, und hier habe ich auch schon gearbeitet. Wir sind hier gerade in der Filiale in der Hauptstelle und was kann ich für sie tun? Was meine Hobbys angeht, da habe ich vor einigen Monaten das Fotografieren für mich entdeckt. Wenn ich jetzt mit der Kamera unterwegs bin, kriege ich auch total den Kopf dadurch frei. Also wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich dann nur die Kamera dabei und laufe so ein bisschen durch die Gegend und gucke, was da so Sache ist und habe nichts anderes im Kopf außer das Halt. Da kommt man ziemlich gut mit runter. Also, wenn du offen auf Menschen zugehen kannst und dich für Wirtschaft interessierst, ist das genau das Richtige für dich hier. Du brauchst übrigens auch gar keine einzelne Mathe. Ich hatte auch keine. Also bewirb dich einfach bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank.